Hallo liebes Internet, ich bin jetzt unter die Einrichtungsburger gegangen. Nein, Spaß. Heute möchte ich euch ein Produkt zeigen, was ich unfassbar gern habe. Und zwar ist es dieses wunderschöne Puderboy-Gerät. Für mich das beste Fotoprodukt auf dem ganzen Markt und ich zeige euch warum. Weil, so die Theorie, man kann das vordere Gehäuse, ich glaube, die haben noch ein paar Jahre ein Patent drauf, das ist leicht magnetisch, das kann man abnehmen, wenn man es denn schafft. So, dann hat man das Front, Plastik, Glas, Metall, whatever, hier zur Hand. Und kann jetzt ziemlich easy dieses Dia wechseln. So, jetzt legen wir mal hier vorne um den Wind hier, da ist gerade Platz. Und kann es durch ein neues, was man bei den Jungs im Onlineshop jederzeit nachbestellen kann, austauschen. Ich habe das Ganze schon mal gemacht, das ist auch hier schon angekommen. Ich habe es mir leider noch nicht angeguckt. Ah ja, jetzt weiß ich auch, was kommt. Das sieht dann so aus, ich bin nur gespannt, kriege ich das von mir unten wieder an. Okay, we'll see. Eine prädestinierte Stelle für Zeitraffer. Das ist das Neue. Jetzt muss man das da oben wieder einhängen. Es wäre von Vorteil, wenn man einen größeren Körperbau hätte, halt ich. So, dann ist es zu klein. Ben braucht einen Hocker. Ben braucht einen. Ah, hier ist ein Hocker. So, und dann kann man das Ganze einfach da oben wieder reinhängen. Und jetzt die Kappe wieder draufknallen. Soweit der Plan. Dann sitzt das Gerät wieder. Und jetzt, Achtung, Gimmich, Steckdose hier unten. Steckdose hier unten. Einstecken. Und dann anmachen. Und schon leuchtet der eigene Kunstdruck, wenn man ihn so nennen möchte. Ich finde es immer noch großartig. Wunderbares Produkt. Polar Boy. Ich finde es immer noch großartig. Ich finde es immer noch großartig.